Was geht ab, Freunde der Tonne? Ich habe die brutalste Bar mit den allerbrutalsten Churros der Welt entdeckt. Und da gehen wir jetzt mal rein in die Eulgara. La Chureria El Rocio in Santa Bonza. Boah, Biggie, guck mal, eine Spritzfotterne. Oh ja, gib mir die Schnecken. Bruder, du machst das aber auch echt gut hier, ne? Du Lümmel, du bist so eine richtige Stäbchenfrau. Ja, ja, schön entschnecken, schön locker bleiben. Das ist ein Churro, Alter. Und das Fett drüsseln lassen, drüsseln sie es. Und der Übergang, uiuiuiui. Ei, 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 ei. Tatsächlich die besten Churros, die ich jemals gegessen habe. 10 von 10 Raketen, safe.